Der nächste Hengst ist die Kategorie Nummer 9, Dornfelder. Herr Lerian, wenn Sie in der Fisle, also mindestens 3 Meter, 4 Meter von uns in das Seitenbild stellen. Er wurde gemessen mit 1,53, 190, 20. Die Kategorie Nummer 10, 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 20. Die Kategorie Nummer 11, 20. Die Kategorie Nummer 10, 20. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.